Herzlich Willkommen und zurück zu Outlast 2 So, wieder mal spannend, was uns jetzt erwarten wird Scheiße, das ist ja schon wieder zuge Stücke Ohne Kamera zu spielen geht ja nicht Also ohne Nachtsicht, sagen wir mal so Ja, was ist denn das jetzt? Geht's da runter? Ich möchte, fühlen Sie an Ihren Sie Ich möchte, wenn sie wunderschön Ich möchte, wenn sie ihr echte Wunsch Ihr Seid, werfe diese Welt Wo ist Lynn? Ich begrüße sie als Pfarrer, wunderschön, nichts zu sehen. Ich habe diese Maske. Ich zeige mir die Wahrheit. Wo ist sie? Show me, show me your true face! Show me your true face! Let me make this right! ganz schnell weg hier wir rennen doch mal wir werden auf jeden Fall verfolgen aaaaaaah ich will ja mal gucken wo lang hier scheiße was brauchen wir denn nun? oh da da oh die Kamera ist zu viel, macht keinen Scheiß ich hoffe, dass er nicht richtig ist waaat schau, schau, schau es ist endlich nicht jesus diese Bire sind hier Ich bin hier nicht dran. Ich habe ein Problem mit. Okay, komm mal hier durch. Oh man, ey. Das ist mal bei der Töchst, die Tönte, oder nicht? Ich weiß, dass wir hier immer noch verfolgt werden von mir. Von der Frau. Ah, scheiße! Oh, ich hab da ausgemacht, das Ding. Ach so, dann wird sie das wieder angemacht haben, wahrscheinlich. Oh man, ey. Das soll jetzt jeder wissen, ey. Das soll jetzt jeder wissen, ey. Oh man, ey. Ich lele, das. Ich lele, das. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin jetzt immer noch an, oder? Kann ich ja mal? Ah, das ist nicht klar, oder? Die kommen da nicht durch. Da ist nichts zu machen. Also das muss auf jeden Fall, auf jeden Fall zwei Schalter sein. Ja. Auf jeden Fall, es gibt zwei Schalter. Wenn die Schalter nicht mehr auf jeden Fall ist, dann kommt die Schalter. 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 Ich sehe die Arme, ich sehe sie, ich sehe sie. Die Strömen aus, auf eine Seite, warte. Da wo die herkamen, da haben wir es. Perfekt. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich hier in der Zwischenzeit bin. Aber ich weiß nicht, ob ich hier in der Zwischenzeit bin. Ich hoffe, dass wir die losdrehen. Okay. Das wäre die letzte Runde. Jetzt möchte ich den nochmal unterschieben. Das konnte man ja vorher nicht wissen. Ich bin halt gerade durchknallende Ding. Okay. 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 Scheiße. War wohl zu früh. So, jetzt auch er. Jetzt Stoffbäne. Okay. Nein. Nein. Das ist so doof ey, wenn ich auf Feuer umstellen könnte, weiß ich nicht so, dann wäre ich ja nicht vorbei, wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt lauer hier. Oh, müssen die so erschrecken, oder was? Boah, meine, bitte ey. Oh, müssen wir jetzt lang, da lang, da lang, da lang, ne, da lang. So. Ja, noch ein paar Blutsprünze. Ja, ne? Auf jeden Fall nach. Ja. Ja. Wer soll ich denn jetzt hier? Ah, hier. Schlecht ein, ein, ein zu sehen, diese Leiter. Oh, scheiße. Ja. Ja. Oh, ja. Wir sind auf jeden Fall im Wasser rum. Und ich sehe nichts. Jetzt noch mal weret. Auch mit Leichen, oder? Ja. Gott nicht, oder? Gott liefert dich nicht. Nicht wie ich Sie. Das ist ein Scheiße. Ich hab's nicht zufrieden. Ich hab's nicht zufrieden. schneller, 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 schneller scheinst du ja wissen, wo die jetzt herkamen? oder her? nicht von denen oh, jeder Furchter das ist ein Problem, oder? scheiße ey, der rennt da aber auch, nicht du gibts doch nicht lutscht mich fett, ey ja nicht wie ich ey, schlug doch mal, ey die 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh! 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 Ah! So! Oh! Balancieren! Ja! Ja! Gut! Und du? Und da lang! So! Du bist aber jetzt nicht froh lang! Da lang! Die Frage, da lang? Oder da lang? Der kann mal über den da lang gehen. Das war ein bisschen zu einfach. Gerade. Okay, hier haben wir noch ein bisschen mehr zu lösen. Mit diesem Böcchen dann bitte wieder Pause drücken. Okay. Okay. 15. Kapitel irgendwo stand da. Oh! Ach! 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 Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Child, your father, the Christ we deserve. Oh, my God. Watch. Lynn! 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 Oh, my God! Lynn! Lynn! I'm here! Oh, my God! Oh, my God! No! Suck, Lynn. No! Lynn! Lynn! I'm beating you. Get off. Get off me. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then, you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win. Okay? You're such a push over, Blake. Okay. Nehme einfach mal mit bitte. Aber es ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Okay. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. Hmm. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. I see. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah. Sure. Um. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. What don't you know, Jessica? Oh. Sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for a journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No. Please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Oh, man. So. Don't. You're sixth grade. Oh, you're going to leave. Come on, look. You're not flying. See you. Oh, I don't want to take a look. I'm going to take a look. I'm going to take a look. ein ich denke mal dass es da war wie sie gerade zurückgelassen haben komm ich komm ich komm Geh weg von mir, bitte! Geh weg! Just leave me alone! Leave me alone! Stop! Ich weiß nicht was du, was du gesehen hast. Ich weiß nicht was, was du gesehen hast. Scheiße, ich weiß ja nicht wohin. Alter. Oh man ey. Chäle, ich weg drauf. Schöne, ich schaue. Bist du dich? Ja. Ich will nicht dieẩy. Ja. Ja. hoch mit dir fuck fuck Was ist das? Schade. Schade. Ich will nicht hier sterben. Ich will nicht unser Baby sterben. Ich will nicht. Ich will nicht sie dich töten. Scheiße. Wir müssen hier raus gehen. Okay, wir haben Lynn gefunden. Erfolg haben wir ohnehin bekommen. Gut, wir sehen uns aber wieder am nächsten Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder bei Outlast 2. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.